Aufnahme läuft und bereit. Ja, 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 hoffentlich überlebe ich jetzt auch mal. Ja, du bist ein Auge Bill, Alter, du musst überleben, ja. Na, in dem Spiel heißt das ja nix, ne? Ja, Aldric Porter, bist du vielleicht verwandt mit Harry Potter? Nein. Ah, ich schon. Fabron, weißt du, Ron, Fabron, Fabio Ron, wow. Ja, Hermene ist auch deine Mutter, weil sie ist ja auch schwarz. Das ist doch so. Bei Six, äh, außer Grünches, die ist schwarz. Und Dumbledore ist schwul. War alles safe. Ach so, deswegen ist alles safe. Okay, ich verstehe. Ich weiß es nicht, wie du das jetzt wieder verstanden hast, ne? Das fickt meinen Kopf so hart, Alter. Diese Gleichung, heißt der Hermene ist schwarz, Dumbledore ist schwul, deswegen ist alles gut. Mein Hörer, oder mein Hörer? Hab ich gerne gemacht. Ja. Du mich auch, Alter. Ah, jungen Mann, früher bei Sport gibt es erstmal das, äh, Cardio-Vollprogramm, ja. Morgen geht mein Wecker erst mal kurz vor zwölf, Alter. Bald wegen Sonntag. Und Spätschicht. Mein Wecker geht um acht. Ja, da dreh ich mich nochmal um, ey. Oh, Junge. Habt ihr was im Discord, äh, Discord, habt ihr was über WhatsApp geschickt? Ich gucke. Alter, was ist das denn? Das sind die, äh, drei ägyptischen Götterkarten von Yu-Gi-Oh! Aber in real life mäßig gezeichnet und gemacht. Nice. Ich find das Bild mega, wa? Das hat was, ja. Na, ein Auge, Bill? Na, wie lang? Boah, ganz ehrlich, irgendwann musst du mal wieder zu mir und dann, keine Ahnung, zocken wir. Einen Tag nur Magic, ne? Können wir gerne machen. Weil ich hab ja ein paar gute Decks. Dann kannst du dir eins davon aussuchen und dann zocken wir. Weil ich hab nämlich ein paar echt fiese, eklige Decks. Und nein, das Blaue kriegst du nicht. Blaue spiele ich. Weißt du, der typische Afrikaner, ne? Schießt durch das Fenster und klaut sich alles. Also, ich hab gar nichts geklaut. Aber der Rest, ne? Ich scheiß auf euch Vögel, im wahrsten Sinne, Alter. Dann ist der erste Hinweis, du machst das schon, ne? Alter, ist okay. Was machst du da hinten? Ich hab zwei Höllenhunde kaputt gemacht. Wow. Bist du am Schießen? Ja. Ja, der Schuss hat mich fast getroffen, ne? Ups. Mhm. Schüsse Richtung Norden. Unmittelbare Nähe. Ja, ich hab den Hinweis. In die Richtung sind viele Hinweise. Also Richtung Norden. Vielleicht ist da sogar schon das Vieh, weil das macht den Anschein. Was sagst du? Wo wir gehen mal hin? Gib eine Richtung vor, ich folge dir. Hier kommen Schüsse her. Ja, genau aus der Richtung. Genau in die Richtung, würde ich sagen. Oder wir gehen in die Richtung. Im Nordwesten. Und siehst du da irgendwas? Bisher nicht. Na, danke. So. Vielen Dank. Überall Schüsse, ne? Überall. Oh ja. Hashtag nicht so nice. Ich muss ja mal sagen, ich finde das krass scheiße, dass man nicht mehr als 10 Munition für die Stroplitte mitnehmen kann, ne? Mhm. Da hinten sind zwei Hinweise. Direkt vor uns Schüsse. Also irgendwo hier in die Richtung. Ja, da sind Hinweise. Vorsicht, ist ein Raben. Ja. Und... ... ja sind sehr nah mhm oh habe den hinweis ja wir sind in der Nähe also bei Skapa Lake dann richtig ja das ist Nordosten in etwa hat vieles Tod was sich verfolgt hat ja die ballern da im Nordosten rum aber auch Südosten das hat sich sehr nah angehört wow kurz mal Autotune ja das hat sie sehr nah angehört Muni kisse Muni kisse perfekt dann ist ja nichts hinweis ganz ehrlich den hole ich mir oh Junge sind hier viele Zombies warst du in den Vögeln welche Vögel ich habe eine Bienenmutterplatte nicht immer nein ja Skapa Lake ist safe ja dann komm mal zu dir dann gehen wir da gemeinsam hin ja das musst du ne ja der Revolver ist wohl geil alter welchen Revolver warst du denn äh cold will packs heißt der ja das extrahierungspunkt da lest sie direkt ja die Richtung Südosten ja lass uns so ein bisschen aufteilen am besten so dass wir nicht zumindest direkt nebeneinander stehen weißt du ach schon wieder hier wow ja hier das Pferd ist schon tot da drin nur schon Südwesten Westen kommen Schüsse ja 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 Also wie gesagt, hier war das Pferd bereits tot, ne, das heißt, ich würde jetzt hier auch mit Spielern rechnen, ne? Ja. Ich gehe rein. Do it, my friend. Er hat Schaden genommen, aber wo ist der Spieler? Oh, Junge. Oh, Junge. Platziere, Stolper fallen. Nicht nach unten gehen, ja? Ja. Lol, der hat ja ausgelöst. Okay, platziert gleich, habe ich verstanden. Ich habe auch nichts, um mich zu heilen, sehe ich gerade. Fuck. Bin ich blöd, ohne Heilung hier reinzugehen. Südwestenschüsse? Ja. Ja, dann geh raus und halt ausschauen und lege ich den. Ich bin dort, von dem, von dem Vieh. Ich habe draußen den Spieler gehört, pass auf. Ja. 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 Au. wenn hilfe brauche hilfe hoch ich heile mich hier wo ich bin liegt schob munition einzeln ich kann mich übernehmen Perfekt Ah, leer Nein Nein Oh, dieser hässliche Bastard, ne? Ich bin schon wieder tot Ich habe nichts gesehen Ja, ich hole dich Ich hole dich Lauf, 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 lauf Ja, ich muss mal die Blutung stoppen, sonst bin ich tot Alter Lad doch nach Hier ist die Kasse So, ich suche jetzt erstmal schnell nach Munition Ja Ok, was Muni angeht geht es mir gut Ich lege hier Stolperfallen, also pass auf, hier ist einer Irgendwo sollte noch eine sein Die ist hier Ja, aber beide unten, oder was? Ja Ich platziere jetzt alle drei hier unten Arschlecken, weil das Vieh ist ja auch hier unten So Aua, 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 aua Von der Seite Schüsse Da bin ich gerade bei einer eigenen Falle gelaufen Habe ihn erwischt Habe ihn erwischt Einmal zumindest Da sehen Lol Alter Wie konnte der mich denn jetzt da noch treffen? So schnell gehen wir nicht auf, oder? Nein Ah, keinen Fernkopf mehr riskieren Lass die Hirn kommen Also ich habe beide einmal getroffen mit einem Schafschi Schafschi, wow Haha Ich glaube hier hinten kommt einer rum Ich glaube hier hinten kommt einer rum Ja, hier an der Ecke ist einer Hey, hier oben ist einer Ja Erledigt Nice Rein hab ich Gott sei Dank Buddy kommt gleich auch hoch Oh nein Ja, hier auf der Seite oben Ah, Hilfe Au Der ist unten, der ist unten Genau da die Leiter, wo ich liege jetzt Shit Lol Och nee Fuck, Alter Das ist ein Gefecht, Alter Das hat mein Kopf gefecht Das hat mein Kopf gefecht Ich bin Ich bin Vielen Dank.